Okay, die Rakete haben wir schon mal abgefangen. Schon mal. Und unsere Rakete verfehlt, wie immer. Super, echt geiles Teil. Scheiß Rakete, was habe ich hier eigentlich mitgenommen? Die verfehlt alles, alles. Oh, sie hat mal getroffen, ein Wunder. Ich sollte auch mal auf die Schilder gehen. Die nerven ja ganz schön. Jawohl. Oha, die Pilotenkante ist ausgeschalten worden. Das soll ich vielleicht mal was tun. Oh, sie sind so erschwert. Uiuiui. Das ging ja diesmal viel schneller. 32 Squab. Okay, der fliegt jetzt zu uns, deswegen warten wir da. Ich mache mich Angst. Das wird doch nichts, das wird doch nichts. Das wird nichts, das wird nichts. Okay, der hat keine Raketen, deswegen ist die Defense Drohne sinnlos. Und da hauen wir dann die Anti-Schiff Drohne raus. Und den Beam. Den hauen wir mal. Dann machen wir mal so. Dann wischt man drei Räume. Oder so. Dann treffen wir nämlich auch noch die zwei Leute. Jawohl. Und den Hülle ist ja auf dem systemlosen Raum. Machen wir mal den grössten. Ja, dann haben wir glaube ich... Achso, die Rakete. Die Rakete. Oh, die haben Drohnen. Scheiße. Dann gehe ich damit mal auf den Drohnenraum. An die Schiff Drohne. Jawohl. Oh, die haben doch Raketen. Scheiße. Dann habe ich doch lieber die Defense Drohne raus. Wenn die Raketen haben. Das wäre, das glaube ich, sinnvoller. Oh, oh, oh. Nein, nein, noch mehr Raketen. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Das wäre doch nichts. Das wäre doch nichts. Unsere Raketen sind so unfähig. Die treffen nichts. Jedes Mal, wenn der sich da ankommt, um seine Rakete und fliegt vorbei. Super. Obwohl, ich könnte ja. Ich könnte ja. Ich lasse jetzt nochmal von neu auf. Vielleicht treffe ich dann in der nächsten Runde. Was hat er eigentlich für Drohnen? Ich sehe keine Drohnen bei denen. Der hat einen Drohnenraum, aber keine Drohnen. Dann gehe ich damit doch mal da hin. Ah, genau. Der Stickgrad kann ja mal vorkommen, oder? Und meine Schilder sind ja auch nicht voll aufgeladen. Ich habe die ganze Zeit nur drei Schilde gehabt von vier. Und da brennt's. Wir werden alle sterben. Du zuerst. Dann ich. Oder erst ich. Dann du. Toll, und die Türen kann ich auch nicht aufmachen, wegen dem Raum hier. Und ja, das sieht ja sehr gut aus. Waffen sind alle komplett zerstört. Waffen sind alle komplett zerstört. Ja, ob das noch was wird? Ich weiß ja nicht. Hm, hm, hm. Da mache ich am meisten Schaden, weil da kein System ist. Ja, das war's. Da mache ich am besten. Binnen. Binnen. Ja, da machen es. Da mache ich so. Ja, da machen es. Okay. Ja, das ist ja kein System. Das kann ich nicht mehr so. Oh, die Rakete hat man getroffen, was für ein Wunder. Die Rakete hat wieder verfehlt. Ja, das ist so ein Scheiß mit den Raketen. Wie kann man so ein großer Schiff verfehlen? Echt, ich verstehe es nicht. Frau am Steuer, äh, Frau an der Abschusseinlage oder was? Wir sind so gut wie tot, Jim. Jawohl, da sind wir auch tot. Aber da kann ich jetzt wenigstens nochmal beweisen, Victory, dass ich schon mal durchgespielt habe. Victory, Victory. Ja. Okay. Hm, ja. Dann, äh, verabschiede ich mich ganz frustriert und, ja, ja, so, ja, tschüss, tschüss, tschüss. Ich geh jetzt weinen, ich geh jetzt weinen, ich geh jetzt weinen, die Welt ist so böse und tschüss.